Hallo ICF, ich wende mich heute mit einem ganz besonderen Anliegen an alle die, die auf dem Herzen haben, dass Menschen Gott kennen lernen und von seiner Liebe verändert werden. Und auch an alle die, die sagen, ich gehe eigentlich in eine andere Kirche und bin nur zu Gast hier im Sendlinger Torkino. Wir haben das positive Problem, dass wir zwei Gottesdienste haben und im zweiten Gottesdienst bereits jetzt wieder an einer Wachstumsgrenze angelangt sind. Wenn 80 Prozent eines Raumes belegt sind, sagt man, ist er voll, gefühlt voll und man lädt niemanden mehr ein. Im ersten Gottesdienst haben wir dagegen noch sehr viel Platz. Wir haben folgende Idee. Wir suchen nach 80 Leuten, die sagen, ich kommitte mich bis zum Ende von diesem Jahres zu sagen, ich mache meinen Platz im zweiten Gottesdienst frei, gehe nur noch in den ersten Gottesdienst mit dem Ziel, dass weiter im zweiten Gottesdienst Wachstum möglich ist, dass Arbeitskollegen, Freunde und Bekannte eingeladen werden können und dass der erste Gottesdienst an Attraktivität zunehmt. Wenn du daran Interesse hast, wenn du sagst, ich möchte diese Kosten des Frühaufstehens auf mich nehmen, dann kannst du dich in die Fangruppe von Facebook eintragen, wo du gleich die Informationen eingeblendet bekommst oder du kriegst alle Infos am Infopoint. Ich freue mich sehr auf diesen Herbst, auf die vielen, vielen Menschen, die noch dazukommen und ich danke jetzt schon all den Leuten, den mindestens 80 Leuten, die sagen, ich helfe mit, indem ich meinen Platz frei mache in der zweiten und die erste dadurch attraktiver wird und wir Platz haben für viele, viele Menschen.